Hallo und hier zu einer kleinen Folge. Wir sind hier bei Roblox und ich wollte euch mal zeigen, wie man hier einen Skin erstellt oder Avatar halt auch. Man geht erstmal auf dieses Menü, dann geht man auf Avatar. So, ich sehe jetzt ein bisschen heißlich aus, ich will mich schön machen. Ja, dazu muss man auf, worauf bin ich gegangen? Ja, hier kann man sich halt so Outfits für sein Aus suchen. So, soll der so aussehen, hat der noch so eine Frisur. Aber, äh, jetzt soll der lieber so aussehen. Ne, das sieht scheiße aus. Okay, ähm, ja. Das sieht gut aus, finde ich. So, dann behalten wir den einfach so und dann hat man schon sein Skin erstellt oder Avatar halt. Ja, dann kann man hier zu Games gehen. Dann gehe ich nochmal da hin, um zu zeigen, dass es auch automatisch gespeichert wird. Ja, und dann, tschüss!